Wir haben die Orgelbaufirma Content in Ermelo besucht. Was es mit diesem Besuch auf sich hat und was wir dort erlebt haben, seht ihr in diesem Video. In der Friedhofskapelle auf Norderney steht eine elektronische Orgel. In Digitalorgeln ist ziemlich viel Computertechnik verbaut und die Instrumente haben eine Lebenszeit von 20 bis 25 Jahren. Unser Instrument stammt aus den 90er Jahren und hat irgendwann in der Corona-Zeit den Dienst eingestellt. Die klimatischen Bedingungen am Meer sind herausfordernd und so könnte eine neue Digitalorgel eine gute Option für die Friedhofskapelle sein. Mein Kollege Jan-Hendrik Baas ist Organist im Nebenberuf hier auf Norderney und kennt sich extrem gut mit Digitalorgeln aus. Er hat die Firma Content in Ermelo in den Niederlanden empfohlen, also sind wir dort hingefahren und haben uns alles angesehen und ausprobiert. Wir, das sind ganz links unser Pastor Stefan Bernhard, in der Mitte stehe ich und rechts Jan-Hendrik Baas. Bei der Firma Content hat uns der Sales Manager Gervin Boswick begrüßt und uns im Showroom die verschiedenen Instrumente gezeigt, die Möglichkeiten der Instrumente vorgeführt und geduldig alle unsere Fragen beantwortet. Ein wichtiges Thema ist die Klangabstrahlung, also die Lautsprecher. Wie schafft man es, dass eine Orgel Gemeindegesang tragend begleiten kann, aber trotzdem nicht zu laut klingt? Das war sehr interessant. Die Kinderresonatoren, die man hier sieht, scheinen dafür eine sehr gute Lösung zu sein und sehen dazu noch sehr gut aus. Ein bisschen wie Orgelpfeifen, finde ich. Für mich ist auch das Spielgefühl wichtig. Wie fühlen sich die Tasten an? Plastik oder Holz? Da ist auch alles möglich. Später hatten wir auch Zeit, die verschiedenen Instrumente zu spielen. Das haben wir auch mit Freude ausgiebig genutzt. Es macht Spaß, auf einer Digitalorgel zu spielen. Vorher hat uns Herr Boswick noch durch die Fabrik geführt. Das war sehr nett und sehr interessant. Zuerst waren wir in der Entwicklungsabteilung. Hier habe ich verstanden, wie viel Computertechnik in einer Digitalorgel steckt. Viele, viele Platinen, die in Reihe geschaltet werden. Dieses Plakat ist der Plan einer der ersten Platinen. Und kleine Boxen in den Orgeln, große Boxen für größere Räume. Die Gehäuse werden von einem Schreiner gebaut. Hier sieht man die Lagerhalle mit vielen Gehäusen und vielen Pedalen. Hier ein schönes Radialpedal. Die Firma Content produziert ca. 400 Orgeln im Jahr. Hier sieht man einige Instrumente, die bereit für die Auslieferung sind. Die Lieferung nach Norderney, wenn wir eine Content-Orgel kaufen, würde dann wohl mit diesem Anhänger geschehen. Außer dem Aufstellen des Instruments gehört zur Lieferung auch, dass der Klang optimal für den Raum eingestellt wird. Das machen dann auch die Profis der Firma Content. Ein kleines, aber sehr nettes Detail begrüßte uns am Eingang zur Firma Content. Tritt man durch die Tür, fängt diese kleine Orgel an zu spielen. Ja, und wenn sich die Kirchengemeinde für eine Content-Orgel entscheidet, muss man nochmal mit ca. 4 Monaten Lieferzeit rechnen, eventuell etwas mehr. Da dürfen wir gespannt sein.